Vers 46 Tapas vibyo dhiku yogi Jnani bhyo pi matu dhika Karmibyas chadiku yogi Tasmad yogi bhavarjuna Tapas vibya Als die Asketen Adhika größer Yogi der Yogi Jnani bhyo als der Weise Api auch Mata gilt Adhika größer Karmibya als die fruchtbringenden Arbeiter Cha auch Adhika größer Yogi der Yogi Tasmad deshalb Yogi ein Transzendentalist Bhava werde Arjuna o Arjuna Ein Yogi ist größer als ein Asket Größer als ein Empiriker Und größer als ein fruchtbringender Arbeiter Deshalb, o Arjuna, sei unter allen Umständen ein Yogi Erläuterung Wenn wir von Yoga sprechen, so meinen wir damit das Verbinden unseres Bewusstseins Mit der höchsten absoluten Wahrheit Gemäß dem Vorgang, dem man sich zugewandt hat, trägt Yoga verschiedene Namen Karma-Yoga, wenn der Verbindungsvorgang vorwiegend aus fruchtbringenden Tätigkeiten besteht Jnana-Yoga, wenn er vorwiegend empirisch ist Und Bhakti-Yoga, wenn er vorwiegend in einer Beziehung der Hingabe zum höchsten Herrn gründet Bhakti-Yoga oder Krishna-Bewusstsein ist die höchste Vollkommenheit aller Arten von Yoga Wie im nächsten Vers erklärt wird Der Herr erklärt im vorliegenden Vers die Überlegenheit des Yoga Aber er sagt nicht, dass der Yoga-Vorgang besser sei als Bhakti-Yoga Bhakti-Yoga ist vollkommenes spirituelles Wissen Und kann daher von nichts übertroffen werden Askese ohne Selbsterkenntnis ist unvollkommen Ebenso wie empirisches Wissen ohne Hingabe zum höchsten unvollkommen ist Und fruchtbringende Arbeit ohne Krishna-Bewusstsein ist Zeitverschwendung Im vorliegenden Vers wird der Yoga-Vorgang speziell hervorgehoben Und die höchste Stufe von Yoga ist Bhakti-Yoga Wie aus den obigen Gründen hervorgeht Dies wird im nächsten Vers noch deutlicher erklärt Bis zum nächsten Mal